Arminia bei Manut vor dem Aus Nuri Sahin, Mario Götze, Shinji Kaga Der BVB hat Erfahrung mit Rückkehrern. Nun könnte es zu einem weiteren Fall kommen, Henrik Nkitaran. Wechselgerüchte um Henrik Nkitaran zu Borussia Dortmund Schweden schon seit mehreren Wochen in der Luft. Wie der Independent berichtet, soll der Arminia bei Manchester United vor dem Aus stehen. Die Chemie zwischen Nkitaran und Trainer Jose Mourinho soll demnach nicht mehr stimmen. Grund dafür ist eine Meinungsverschiedenheit. Aufgrund dieser Differenzen ist Manchester United bereit, den Arminia ziehen zu lassen. Als stärkster Interessent gilt der BVB, der die Flexibilität und Kreativität Nkitarans vermisst. Außerdem wäre er nicht der erste verlorene Sohn, der den Weg zur Borussia zurückfindet. Auch Nuri Sahin, Shinji Kaga und Mario Götze spielen zum zweiten Mal für die Schwarz-Gelben. Dem Independent zufolge, ist Manchester United auf der Suche nach einem Sechser, Zypulian Weichel. Der deutsche Nationalspieler steht wohl schon länger auf dem Zettel der Red Devils. Ein direkter Tausch ist zwar unwahrscheinlich, doch ein weitseitiges Interesse könnte Verhandlungen erleichtern. Der deutsche Nationalspieler, der den Berufsrichter Nkitaran und Verhandlungen erleichtert. Der deutsche Nationalspieler, der hat die Zukunft verwendet.